Oh ja, so geil. Ja. Hä, wo ist sein Maid eigentlich? Ähm, weiß ich nicht. Nicht da. Und jetzt sind sie alle tot. Oh mein Gott. Ich hab den Sprung verkackt. Holy shit. Ich hoffe einfach mal, die baut sich zu mir. Weil ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich noch Blöcke. Und in Wirklichkeit habe ich einen Block. Wo bist du denn, Miefeld? Was macht die da? Ich hab jetzt gleich drüber gehört. Ey, ich brauch Blöcke. Hast du Blöcke? Das sind Zwillinge. Gib mir ein paar Blöcke. Gib mir ein Blöcke. Das hab ich mit Absicht gemacht. Wie heißen die beiden? Brussé. Guck dir mal bitte die Namen von den beiden an. Ach nee, Liga. Und Rettulioare. Brussé, 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 Brussé. Mann, ich hab, ich hab keinen, ich hab keinen. Soll ich dir Blöcke bringen? Mann. Was ist denn los? Ich kann das Zeug nicht abbauen. Was haben die denn? Wieso ist hier Stein? Oh Mensch, wie ein Junge, was machst du denn? Ich komm zu deiner Hilfe. Ich hab zwar auch nichts zum Abbauen, aber... Mann, ich kann doch nicht das Zeug von dir mit der Hand abbauen. Ja, dann kauf dir was. In der Zeit kill ich die oder irgendwie sowas. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Vorsicht, Vorsicht. Ich hab Lex. Ich lenk sie ab. Ich durfte das Bett abbauen. Komm, wir schmeißen die runter. Ciao. Wie soll ich denn zu denen kommen eigentlich? Okay, ich muss das fetten Jump'n'Run-Stuff machen. Ja, mach durch. Sogar drunter gefallen? Ja, ich hab fetten Jump'n'Run-Stuff gemacht. Hä, was machen die denn? Was machen die? Was haben die getan? Ja, gut. Hallo da. Holy shit, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, der steht da noch. Oh mein Gott. Ich hab ihn gesleeved. What? Nee, der ist eins über dir. What? Wie als ob er das doch getrickt hat. Ähm, es könnte sein, dass sie das Bett abbauen. Ja, das ist gut. Ja, sie sind da, sie sind da. Ich hab mich versucht zu zuzeiten. Nein, ich klicke nicht hin. Ja, er kriegt einfach kein Knockback. Bett ist weg. Ich hab grad die... ...größte Kombo des Jahrhunderts rausgehauen. Nein, ich hab ihn nicht bekommen. Shit. Oh nein, er hat einen Gold-Apfel. No. Es war nochmal. Dann hätte ich ihn ja noch killen können. Och nein. Nein. Ja, Digga, was ist das immer für ein Knockback von denen? Baut der eine sich? Darf der keinen Sneak nutzen, oder was? Ich glaube schon nicht. No Sneak Challenge. Oh, ich hab's Bett. Nice. Ich seh ihn. Schönes Ding. Ja. Was machen die jetzt da hinten, Alter? Okay, ich geh die beiden und ich geh zu den Dias. Ja. Okay, okay, man könnte echt denken, dass ich scheiß Hacker bin. Ich bin runtergefallen und bin wieder hochgebackt. Achso, nice. Scheiße. Blöd. Scheiß, der Kale. Gehst du jetzt einfach? Ja, warum nicht? Ja, machen wir schon, oder? Ich versuch einfach, den zu outplayen, wenn's geht. Oh. Scheinbar machst du's doch nicht. Ah, der hat mich hops genommen. Holy shit. Der Zweite ist auf jeden Fall unterwegs von denen. Ah. Soviel dazu. Allo, ich dachte, das wärst du. Scheinbar nicht, nein. Oh mein Gott. Ich glaube, er dachte, ich bin runtergefallen. Gar nicht so schlecht, wenn man das denkt. Ähm, wenn wir Grün noch länger leben lassen, haben wir ein Problem. Ich glaube, man sieht nicht. Die bauen sich nämlich gerade einfach eine Burg. Was ist das mit der Hilfe? Den krieg ich. Du Drecksack. Komm her. Oh mein Gott, wieso spawnen die denn beide und ich kann sie nicht hitten. Spawn Protection? Ja, unser Bett ist weg. Oh mein Gott, ich bin so kacke. Ach so, soviel zu. Wir equippen uns kurz. Ja, das bringt jetzt auch nichts mehr. Der Typ ist schlecht. Ich bin ja an. Ja, der andere kann gerne in unsere Base gehen und was will er da machen? Spatter bauen oder was? Das kann einfach runtergehen. Mach's das, ne, ich kill den No-Hand. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab's Bett. Ja, okay, dem ist gut. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh, abzuwicken. Und mit Diamanten. Gehen Sie irgendwen ab, schlachten. Hol doch erstmal Diamanten. Ne, ich schlachte jetzt bin ab. Die fighten gerade welche. Jetzt kann ich wen backdown. Ja, manchmal das Gefühl, ich bin so, bin so die Mutter in unserer Bad Wars-Beziehung. Ich kümmere mich immer darum, dass du schon deine Schutzsachen anhängst, dein Schärfbeschwert. Und du einfach nur so, ne, ich kippe jetzt aufs Maul. Alter, hab ich den einen Hops genommen. Warum tut er das? Ich komm zurück. Ich hab mich umentschieden. Ähm, was hat denn Gelb da gerade? Ey, der Weiße kommt, Weiß kommt. Was war das? Was war das für eine Aktion, Jan? Nein, was hast du getan? Ich wollte schießen und in dem Moment hab ich verzogen. Boah, ist das eklig. Boah, ist das eklig. Alter, was machst du denn? Ich glaub, ich kaufe mir bei Team Blau eine Spitzhocke. Ja, mach das. Weil irgendwie... Boah, ist das gut. Was ist in die Bauch? Weiß ich nicht. Okay, ich komm mit dir rüber und wir killen die kurz. Ja. Ja, was soll ich tun? Wir sehen, jawohl. Komm. Weg jetzt, den Knecht. Ey, Mann. Hast du, beide? Ja. Ja, das ist ja gut. Eins zumindest. Oh mein Gott. Soll ich hab ihn noch gekillt? Ja, natürlich. Oh, ey, das sind nur noch zwei Teams. Oh, ich hab grau gesehen. Wenn die gab bei Rot zu... Äh, wenn die gab bei... Er hat gelaufen. Er hat weggelaufen. Ich kann da kurz reingehen. Weiß, ob da jemand ist bei dem? Weiß ich nicht, nein. Aber ich hab's Bett normalerweise. Oh, die haben gar kein Bett mehr. Doch, die haben ein Bett. Okay, alles gut. Okay, hab's Bett. Hab's Bett von Grau. Jo. Bist du in der Base? Bist du in der Base? Weil nicht das Ding auch immer bei uns auftauchen. Ne, ich bin nicht in der Base. Ich bin gerade auf dem Weg, den Grauen zu killen. Okay, weil ich hab uns kurz Schutz geholt. Uuuh. Mann. Yo. Aua. Einer ist tot. Weiß. Ey, kennen die sich jetzt gegenseitig. Ich glaube, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Danke. Danke. Endlich. Du bist erlöst. Ich sag dir, danach muss ich erstmal zwei Stunden lang nichts machen mit meinem Monday. Ich diye. Das ist ein Gericht.